Zusatzedition oder Pokémon DLC? Was ist besser? Wir schauen uns die Vor- und Nachteile der jeweiligen Edition in einem kleinen Faktencheck an. Wir Pokémon-Fans sind uns eigentlich schon seit Anbeginn der Pokémon-Serie eine Zusatzedition gewöhnt. Pokémon DLCs sind für uns natürlich neues Gebiet und deswegen wollen wir uns mal hiermit näher beschäftigen. Die Geschichte der Pokémon DLCs begann eigentlich schon mit Ultrasonne und Ultramond. Zwischen Sonne und Mond und den jeweiligen Ultra-Editionen bestand so wenig Unterschied, dass man auch von der Fan-Seite her gesagt hatte, warum sie nicht einfach ein Pokémon DLC machen. Die Feststellung hat aber definitiv sehr viel Geld gekostet und da wären wir auch schon beim ersten Punkt. Preislich sind sie gegenüber von Zusatzeditionen nämlich unschlagbar. 30 Euro sind nämlich im Gegensatz zu den Alternativen, wenn man sie sich mal ansieht, nicht wirklich viel. 60 Euro hätte es mit großer Wahrscheinlichkeit am Anfang gekostet, hätten wir nur eine Zusatzedition bekommen. Da aber die letzten zwei Zusatzeditionen und die Kalos-Edition, welche mal geplant gewesen war, jeweils zwei Spiele waren, hätte es sicherlich das Doppelte gekostet, also 120 Euro. Wenn ihr also für eine Zusatzedition seid, habt ihr in meinen Augen mit dem Preis das allerschwächste Argument. Anders sieht es beim Inhalt der Spiele aus, denn da hat das DLC einen entscheidenden Nachteil. Man kann zwar neue Personen und Dialoge in die bestehenden Areale implementieren, das ist nicht so schwierig, aber bei neuen Maps oder Anbindungen sieht es ziemlich schwierig aus. Das mit dem Bahnhof im DLC ist also relativ geschickt gelöst, da man mit dem Automaten oder einer Person entsprechend zum neuen DLC fahren kann. Die Sache allerdings ist, dass die Story an sich nicht groß verändert werden kann. Man kann ja jetzt nicht einfach so hingehen und sagen, ja, wir tauschen jetzt Roy gegen einen anderen Arenaleiter aus, das wird schon irgendwie funktionieren. Nein, das geht halt eben nicht. In Pokémon Smaragd hat man beispielsweise den achten Arenaleiter Vasili gegen Yuan ausgetauscht. Und ich fand zum Beispiel, das war eine sehr nette Idee, gegen einen anderen Arenaleiter in einer Zusatzedition kämpfen zu müssen. Aber zum Beispiel war auch Raikwaza viel eher in der Story implementiert, als das in Pokémon Rubin und Saphir der Fall war. Oder Pokémon Kristall hat alle Pokémon Sprites animieren lassen, die es in diesem Spiel gab. Das beste Beispiel hier ist für mich allerdings immer noch Schwarz und Weiß 2. Die haben sich für mich wie völlig neue Spiele angefühlt, obwohl es immer noch dieselben Spiele waren. Man hat aber an einem anderen Punkt angefangen und die Story war derart unterschiedlich gewesen, dass sie sich wirklich wie richtig neue Pokémon Spiele angefühlt haben. Einen kleinen Vorteil hat der DLC aber hier schon, denn man muss nicht die gesamte alte Story wieder spielen, um an den Punkt zu gelangen, bis die Story mal unterschiedlich wird. Gerade in Ultra Sonne und Ultra Mond war das ziemlich häufig der Fall, dass ich den Eindruck hatte, dass sehr vieles aus Pokémon Sonne und Mond übernommen worden ist. Und da hat sich natürlich das Spielen ziemlich langweilig angefühlt. Trotzdem kann es schwierig sein, in einem DLC eine vernünftige Story zu bauen, wenn der andere Teil der Story schon vorgegeben ist. Bei den Zusatzeditionen kam so eine Art Ergänzung in die Hauptstory mit rein. Das heißt, die eigentliche Hauptstory wurde erweitert und hat sich dadurch größer angefühlt. Bei dem DLC hingegen hatte ich eher den Eindruck immer, dass sich das Ganze wie ein Afterstory-Areal anfühlt. Das heißt, die Story des DLCs hat auf den Hauptteil eigentlich kaum bis gar keinen Einfluss. Fehler der Hauptstory so auszugleichen ist natürlich sehr schwierig. Und da sehe ich auch so ein bisschen die Zusatzeditionen vorne. Wo es sich in meinen Augen die Spiele so ein bisschen ein Unentschieden geben, ist tatsächlich bei den neuen Pokémon. Erstmalig wurden ja in Ultra Sonne und Ultra Mond neue Pokémon eingeführt. Da war zum Beispiel Aguillon, aber auch Muramura, welches erst in Ultra Sonne und Ultra Mond eingeführt wurde. Auch in den neuen Pokémon DLCs wurden viele neue Pokémon und Formen eingeführt. Es gibt zum Beispiel Regi Eleki oder auch Koronospa, welches neu eingeführt wurde. Ich denke, hätte man sich weiter für eine Zusatzedition entschieden, hätte sich dieser Punkt auch, denke ich, nicht wirklich geändert. Apropos Pokémon DLCs, wenn ihr euch für die Pokémon DLCs entscheidet, müsst ihr immer beide DLCs kaufen. Also im Preis für die 30 Euro sind immer beide DLCs enthalten. Bei den Zusatzeditionen konntet ihr getrost auch auf die andere Edition verzichten. Für mich persönlich war zum Beispiel Schneelande der Krone viel überzeugender als Insel der Rüstung. Im Nachhinein hätte ich lieber auf Insel der Rüstung verzichtet und nur Schneelande der Krone gespielt. Ob die Vorteile eines DLC oder einer Zusatzedition für einen persönlich überwiegen, muss man für sich selbst abwägen. Fakt ist aber, dass die DLCs die deutlich günstigere Alternative zu den Zusatzeditionen sind. Ob sie spielerisch am Ende so überzeugen können wie die vergangenen Zusatzeditionen, das bleibt abzuwarten. Für die Entwickler ist es auf jeden Fall schwierig, die Fehler eines Hauptspiels in einem DLC auszugleichen. Der zweite Erweiterungspass Schneelande der Krone, finde ich, war ein Schritt in die richtige Richtung. Hoffentlich bleibt es dabei. Nicht, dass wir am Ende wieder mehr enttäuscht werden, als uns das vielleicht lieb sein dürfte. Wenn euch dieses Video hier an der Stelle gefallen hat, dann natürlich liken, hypen nicht vergessen. Und falls ihr keine Videos rund um das Pokémon-Universum verpassen wollt, dann könnt ihr mich hier an der Stelle gerne abonnieren, um immer up-to-date zu bleiben. Und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit ihr wirklich absolut nichts verpasst. Doch wie immer verabschiede ich mich hier und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Servus und Ciao,